Wir haben den Science-In-Besuch. Welche Eindruck haben Sie? Also ich habe gemerkt, dass die Jungs und die Mädchen, die hier wirklich Naturwissenschaft vorgeführt haben, das sehr engagiert, sehr lebhaft und sehr anschaulich vorgetragen haben. Und sie haben alle übereinstimmend gesagt, wer besser als Schule. Also ich fand das Engagement sehr gut von den Schülerinnen und den Schülern vorgetragen haben. Nicht nur die Schüler, die das hier vorgestellt haben, sondern es muss ja auch jemanden geben, der die Kinder angeleitet hat. Und ich glaube, dass die Mentoren das auch sehr gut gemacht haben. Und die haben wirklich wichtige Themen genommen und gezeigt, wie funktionieren so ganz selbstverständliche Dinge wie Strom, wie Elektrizität. Sind Sie, ob es einen großen Einfluss für die Zukunft hat? Ob es einen großen Einfluss für die Zukunft hat, das weiß ich nicht. Zukunft ist ein großer Begriff. Aber ich glaube, dass die alle hier ermutigt sind und sie können lernen, dass sie was leisten können. Und dass sie das hier vortragen müssen und erklären müssen vor fremden Leuten, das ist ja auch eine tolle Leistung. Kann ja nicht jeder. Wissen Sie, was wollte man denn in Zukunft vielleicht etwas besser machen als heute? Das würde ich im Moment nicht sagen. Also so wie es war, war es echt eine super Sache. Vielen Dank. Dankeschön.